Stiftung Warentest hat Geschirrspül-Tabs getestet. Insgesamt waren die Tester von dem Testergebnis enttäuscht. Von 14 getesteten Produkten gab es nur 6 mal die Note gut. Es wurde getestet die Reinigungsleistung, die Geschirrschonung, die Maschinenschonung, die Anwendung, also es ist leicht oder schwer anzuwenden, und die Umwelteigenschaften. Und es ist kaum zu glauben, ich verwende sogar den Testsieger. Somat Gold 12 Multi-Aktiv. Ich habe zig verschiedene ausprobiert, und bei den meisten war ich absolut nicht zufrieden, weil das meistens nicht richtig sauber war. Nur was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass es bei Aldi Süd die Tabs unter der gleichen Ripsetur, aber unter einem anderen Namen, unter dem wir am Alio Complete, gibt, und diese nur ein Drittel des Preises kosten. Aber nur leider haben wir hier im Norden keinen Aldi Süd. Dann muss ich wohl leider weiterhin ca. 10 Cent pro Tab mehr bezahlen, aber ich werde trotzdem bei dieser Marke bleiben. Ich habe schon so viel dadurch getestet, und war wirklich nie mit dem Ergebnis zufrieden, und was nützt es mir denn, wenn ich ein günstiges Brutto kaufe, und ich muss anschließend die Maschine zweimal anschmeißen, dann bin ich im Endeffekt wieder teurer. Also wenn ihr irgendwo Aldi Süd in der Nähe habt, dann geht da hin und holt es euch da her. Wenn nicht, ich packe euch da mal einen Link runter, dann könnt ihr die ja mal selber testen. Also ich bin damit zufrieden, und jetzt habe ich auch noch das Ergebnis von Stiftung Warentest dazubekommen. Und jetzt habe ich auch noch das Ergebnis von Stiftung Wartest dazubekommen.